Wie kann ich mein Blut dünnflüssig halten? Rattengift ist nicht notwendig. Ich meine Wauwau. Aspirin ist nicht notwendig. Von Aspirin und Aspro ist inzwischen bekannt, dass sie Augen- und Gehirnblutungen verursachen. Aspirin und Aspro verursachen Gehirn- und Augenblutungen. Hallo, ich bin Barbara O'Neill. Wir werden uns heute mit einem lebenswichtigen Gesundheitsthema befassen. Bluthochdruck. Diese Krankheit wird oft als der stille Killer bezeichnet und betrifft Millionen von Menschen, insbesondere mit zunehmendem Alter. Bluthochdruck ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die Herzkrankheiten, Schlaganfälle und andere schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen kann. Sie weist jedoch nur wenige Symptome auf. Wussten Sie, dass jeder zweite Erwachsene im Alter von 65 Jahren und älter an Bluthochdruck leidet? Diese Statistik unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Krankheit zu verstehen und zu behandeln. In diesem Vortrag werden Bluthochdruck, seine Ursachen und die praktischen Schritte, die sie unternehmen können, um ihn zu kontrollieren und zu senken, untersucht. Seien Sie gespannt, wenn wir wertvolle Tipps und Strategien vorstellen, die Ihnen helfen, Ihre Gesundheit zu verbessern und Ihren Blutdruck im Griff zu behalten. Erstellen Sie eine Liste mit Dingen, die das Blut verdünnen. Hier ist eine längere Blutverdünnung. Was hält das Blut dünn? Wasser ist ein sehr preiswertes Blutverdünnungsmittel. Wasser ist das beste Blutverdünnungsmittel, das Sie einnehmen können. Wie kommt es, dass Menschen, die Wasser trinken, kein dünnes Blut haben? Wasser ist für einen gesunden Körper unerlässlich. Der Wasserverlust wird in Litern pro Tag gemessen. Das sind 2,5 Liter in 24 Stunden. Die 0,5 Liter Wasser können nun durch Kräutertees, Obst und Gemüse ersetzt werden. Die 2 Liter Wasser dürfen jedoch nur durch Wasser ersetzt werden. Sie müssen es nicht in einer halben Stunde austrinken. Sie haben 24 Stunden Zeit, um die 2 Liter zu sich zu nehmen. Das ist doch eine angemessene Menge Wasser, oder? Sie haben noch viel Zeit, um etwas Wasser zu trinken. Acht dieser acht Stunden haben Sie im Tiefschlaf verbracht. Also haben Sie nicht getrunken. Ich schlage vor, dass Sie sich vor dem Schlafengehen ein Glas Eiswasser neben Ihr Bett stellen. Trinken Sie eine halbe Tasse Wasser, sobald Sie aufwachen. Sie können dann auf die Toilette gehen und bei Ihrer Rückkehr ein weiteres halbes Glas trinken. Sie könnten dann tun, was ich tue, und beten. Ich habe viel, wofür ich beten kann. Ich habe viele Kinder, Enkelkinder und Menschen, für die ich beten möchte. Also trinke ich noch ein halbes Glas. Danach ziehe ich meine Jogginghose an und trinke vielleicht noch ein halbes Glas, bevor ich einen intensiven Lauf mache. Dann ziehe ich meine Jogginghose an und trinke noch ein halbes Glas, bevor ich meinen intensiven Lauf mache. Nach meiner Rückkehr möchte ich noch ein halbes Glas trinken. Das fällt mir nicht schwer, weil ich um 5 oder 5.30 Uhr aufwache. Das ist die Zeit, zu der ich gerne aufwache. Und ich trinke drei oder vier Gläser Wasser, je nachdem, wie viel ich getrunken habe. Normalerweise esse ich gegen 7.30 Uhr. Wow, ich habe viel Wasser getrunken. Sie sollten Wasser zwischen den Mahlzeiten trinken. Wenn Sie es während der Mahlzeit trinken, verwässern Sie möglicherweise die Magensäfte. Sie werden morgen sehen, dass die Magensäure das ist, was Sie finden, wenn wir durch Ihren Verdauungstrakt reisen. Was passiert, wenn Sie Wasser zu Säure hinzufügen? Es neutralisiert die Säure. Versuchen Sie, 30 Minuten vor dem Essen mit dem Trinken aufzuhören und es dann 1,5 bis 2 Stunden später wieder aufzunehmen. Wenn Sie vor dem Essen ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen haben, brauchen Sie während der Mahlzeit nichts zu trinken. In Amerika und Australien ist es üblich, zu den Mahlzeiten Wasser zu trinken. Ist das eine neuseeländische Eigenart? Eine Frau, die an unserem Retreat teilgenommen hat, sagte uns, jedes Mal, wenn ich mich zum Essen hinsetze, greife ich nach dem Glas Wasser. Ich werde Ihnen am Samstagmorgen zeigen, wie Sie Ihre Denkweise neu ausrichten und Ihre Gewohnheiten ändern können. Es ist wichtig, mindestens 2 Liter pro Tag zu trinken. Es ist wichtig zu lernen, wie man Wasser trinkt. Ihr Körper wird davon profitieren, wenn Sie es nach und nach tun. Sie können auch Natriumchlorid verwenden, um das Wasser besser zu verwerten. Sollten Sie jetzt nicht aufhören? Ist Salz nicht schlecht für den Blutdruck? Ich erzähle Ihnen eine Geschichte über Salz. Meerwasser enthält 92 Mineralien und die höchste Natriumkonzentration. Die Lösung wird als isotonische Lösung bezeichnet, da die Mineralanteile und das Gleichgewicht genau denen im Blut entsprechen. Während des Krieges verwendete die Marine Meerwasser für Transfusionen. Stellen Sie sich Erinnerungen, die Sie daran erinnern, den ganzen Tag über Wasser zu trinken. Beginnen Sie mit kleinen, erreichbaren Zielen, wie Zans B, jede Stunde ein glasgefiltertes Wasser zu trinken. Steigern Sie allmählich Ihre Aufnahme, sobald Sie sich daran gewöhnt haben. Sie sollten auch auf Ihren Körper hören. Wir können Durst fälschlicherweise mit Hunger verwechseln und am Ende unnötig naschen. Versuchen Sie, Wasser zu trinken und warten Sie ein paar Momente, um zu sehen, ob es Ihnen hilft, weniger zu essen, wenn Sie zwischen den Mahlzeiten hungrig sind. Es ist auch wichtig, die Wassertemperatur zu berücksichtigen. Manche Menschen trinken mehr Wasser, wenn es gekühlt, bei Raumtemperatur oder nur leicht erwärmt ist. Sie können mit verschiedenen Temperaturen experimentieren und herausfinden, welche für Sie am besten ist. Um hydriert zu bleiben, muss man nicht nur Wasser trinken. Lebensmittel mit hohem Wassergehalt, wie Gurken, Wassermelonen und Orangen, können Ihnen helfen, hydriert zu bleiben. Das Speisesalz, das Sie im Supermarkt kaufen, ist gefährlich. Es ist wichtig, Salz in natürlicher Form zusammen mit anderen Mineralien zu sich zu nehmen. Sowohl Himalaya als auch keltisches Salz sind reich an Mineralien. Keltisches Salz ist normalerweise in Reformhäusern erhältlich. Obwohl einige Mineralien während der Verdunstung verloren gehen, liegt 82 immer noch ziemlich nahe bei 92. Keltisches Salz besteht aus drei verschiedenen Arten von Magnesium, darunter Magnesiumbromid und Magnesiumsulfat. Dieses Salz ist feucht, weil Magnesium ein wasserliebendes Molekül ist. Schauen Sie sich an, wie die Dinge auf zellulärer Ebene funktionieren. Magnesium ist der einzige Weg, um Wasser in die Zellen zu bringen. Ihre Schleimhäute absorbieren die Mineralien, wenn Sie einen kristallkeltisches Salz auf die Zunge legen. Das Blut transportiert das Magnesium zu den Zellen. Dieses Magnesium ist es, das Wasser in die Zelle zieht, wenn Sie Wasser trinken. Es ist ein wasserhungriges Molekül, daher ist der schnellste Weg, Ihren Körper mit Feuchtigkeit zu versorgen, einen kristallkeltisches Salz auf die Zunge zu legen und darauf herumzukauen. Trinken Sie dann die Flüssigkeit. Dehydrierung ist die Hauptursache vieler Krankheiten. Dennoch trinken manche Menschen viel Wasser und es gelangt nicht in ihre Zellen. Am besten ist es, langsam zu trinken. Ich habe immer etwas keltisches Salz neben meinem Bett. Wenn ich aufwache, trinke ich nach dem keltischen Salz eine halbe Tasse Wasser. Wie ich bereits sagte, stehe ich auf und trinke ein weiteres Glas Wasser. Wasser in kleinen Mengen ist die beste Art, Ihrem Körper bei der Verwertung zu helfen. Sie können jedes Ihrer acht Gläser mit etwas keltischem Salz beginnen. Kalium ist das Mineral mit der höchsten Konzentration außerhalb der Zelle. Die Doppelschichtmembran, die die Zelle umgibt, enthält Natrium-Kalium-Pumpsysteme, die Natrium und Kalium ständig ausgleichen. Kochsalz enthält nur zwei Mineralien. Diese beiden Mineralien sind so aggressiv, dass sie einen Menschen töten könnten, wenn sie direkt injiziert würden. Normale Kochsalzlösung ist viel stärker verdünnt und enthält einige zusätzliche Mineralien. Würde Natriumchlorid direkt in den Blutkreislauf injiziert, wäre die Person tot. Diese beiden Mineralien sind aggressiv und können zum Absterben der Geschmacksknospen führen, wenn jemand Salz auf sein Essen streut. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Menschen Salz auf ihr Essen streuen, ohne es zu schmecken? Ihre Geschmacksknospen müssen absterben. Keltisches Salz ist ein wohlschmeckendes Salz, das Ihre Geschmacksknospen weckt, wenn Sie es auf Ihr Essen streuen. Stellen Sie sich vor, jemand streut auf alles Tafelsalz. Tafelsalz enthält keine Mineralien. Infolgedessen steigt der Natriumspiegel, während der Kaliumspiegel, der in frischem Obst und Gemüse enthalten ist, sinkt. Der Kaliumspiegel sinkt, wenn eine Person zu beschäftigt ist, um einen Apfel oder frisches Obst und Gemüse zu essen. Stattdessen entscheidet sie sich für Fast Food. Osmose und Diffusion treten auf, wenn Natrium in geringen Mengen in der Zelle vorhanden ist. Die größte Konzentration verschmilzt mit der niedrigsten Konzentration, wenn der Kaliumspiegel zu niedrig ist. Die Zelle schwillt dadurch an. Wie nennt man das? Bluthochdruck. Kochsalz ist ein Hauptverursacher von Bluthochdruck. Was ist der nächste Schritt für diese Person? Aufhören, Salz zu verwenden. Wenn der Natriumgehalt in der Zelle zu niedrig ist, schwillt die Zelle an. Was ist das? Bluthochdruck. Beide Extreme sind gefährlich. Kochsalz kann aufgrund des Mineralstoffungleichgewichts gefährlich sein und auch kein Salz kann gefährlich sein. Wussten Sie, dass Natrium das drittwichtigste Element für das Leben ist? Das steht in jedem Chemie-, Biologie- und Anatomiebuch. In welcher Reihenfolge? Zuerst kommt Sauerstoff, dann Wasser, dann Natrium und dann Kalium. Eine salzfreie Ernährung ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch gefährlich. Wir schwitzen Meerwasser und urinieren es aus. Ich habe es noch nie probiert, aber ich bezweifle, dass es jemand anderes getan hat. Babys schwimmen im Mutterleib in Meerwasser. Jedes Mal, wenn wir schwitzen, urinieren oder schwitzen, verlieren wir Salz. Also müssen wir es wieder auffüllen. Ersetzen Sie Natrium durch die Mineralien, die in der Natur vorkommen. Salz ist nicht gleich Salz. Tafelsalz wurde stark verarbeitet und die meisten seiner natürlichen Mineralien wurden entfernt. Keltisches Salz und Himalaya-Salz enthalten Mineralien, die gut für unsere Gesundheit sind. Diese Salze sind reich an Spurenelementen wie Zink, Eisen und Kalzium, die unser Körper benötigt. Untertitelung des Zink, Eisen und Himalaya-Salz. Vielen Dank.